Hallo, ich bin der Legomaniac. Ich melde mich heute mit einem besonderen Update und zwar direkt von der Piste. Österreicher würden sagen, super Neuschnee im Kaiserwetter. Dann zeig ich euch, wie es aussieht. Leere Pisten, absolut super hier. Aber kommen wir zum Update. Also mein Paket ist angekommen. Einziges Problem, ich habe es nicht gesehen, wie es ankam. Ich habe Weihnachten zu Hause ausgeharrt, bis zum Gehtnichtmehr, bis ich gewusst habe, das Paket kommt nicht mehr. Das ist jetzt leider in meiner Abwesenheit angekommen. Das heißt, ich werde zuerst, wenn ich wieder nach Hause komme, sehen, das große Paket für 297,99 Euro. Aber das ist schon mal das eine Update. Ansonsten wünsche ich euch nachträglich an alle Abonnenten, an alle, die mich gucken, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht und damit, und egal wie alt man ist, es macht immer noch Spaß, mit Lego zu spielen. Und bis zum nächsten Mal.